In diesem Video geht es um die besten Durchlauferhitzer. Der Qualitätssieger in unserem Durchlauferhitzer-Test geht an den Veyland VED-E. Zum entspannten Baden oder Duschen ist konstant warmes Wasser in der perfekten Temperatur besonders wichtig. Dafür sorgt der Veyland Electronic VED. Er bietet gradgenaue Auslauftemperaturen und eine besonders zuverlässige Warmwasserversorgung. Der Durchlauferhitzer bietet nicht nur Komfort, sondern auch eine unkomplizierte Bedienung per Drehknopf mit digitaler Temperaturanzeige. Warmwasserbereitung für eine bis mehrere Zapfstellen. Auslauftemperaturen von 30 bis 55 Grad. Gradgenau einstellbar. Gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern können bis zu 30% Strom- und Wasserkosten eingespart werden. Montagefertige Lieferung und identische Anschlüsse zu allen Veyland Vorgängermodellen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Stiebel Eltron DHB21. Die hohe Fertigungsqualität und langjährige Erfahrung mit Durchlauferhitzern möchten Stiebel Ihnen nicht vorenthalten. Darum hat Stiebel die Modelle dieser Baureihe als ideales Einstiegsgerät konzipiert. Für alle, die sich einfach nur warmes Wasser wünschen. Dreistufige Temperaturwahl über Anwendung-Symbole. Waschbecken ca. 35 Grad, Badewanne ca. 45 Grad. Küchenspüle 55 Grad. Für gute Energieeffizienz und konstante Warmwassertemperatur. Drehbare Gerätekappe und Bedieneinheit für erhöhten Bedienkomfort bei Untertischmontage. Die Installation nicht steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Durchlauferhitzer-Test ist der Thermoflo-Elex. Der Thermoflo-Durchlauferhitzer-Elex bereitet auf schnellstem Wege Warmwasser für Haushaltsräume, Duschen, Badewannen oder auch Waschbecken auf. Dabei überzeugt er durch seinen sparsamen Verbrauch. Durch seine platzsparende Form fügt er sich optimal in ihr Zuhause ein. Eine benutzerfreundliche Bedienung ist über das eingebaute Display gegeben. Geschlossene Bauart. Temperaturbereich 0 bis 75 Grad. Maximale Zulauftemperatur 20 Grad. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.